Hallihallo, hier sind MonsterLP und HordePrincessLP und wir sind bei Folge 2 von Boyfriend vs. Girlfriend. Ja, das habe ich gesagt. Gerade eben habe ich leicht failig das Info nicht geschafft. Ja, passiert. Und wir spielen Mario Kart Double Dash. Richtig, gell? Wie man sieht, ja. Jo, gut. So, dann starten wir mal. Ja, irgendwie. Der Computer kann nicht für mich fahren, oder? Nee. Schade. Z.B. Das ist... Waren wir schon in Grand Prix. Jo. Ich glaube es ist Wettkampf. Was heißt Wettkampf? Wettkampf ist... Achso, das ist so nur die Demo. Ich werde Grand Prix sagen. Okay. 50, 150. Was ist 150 CC haben wir mal gewesen? Die stärkste Computergegenheit. Achso. Dann will ich runtergehen, oder? Immer 100. Ich verrate jetzt schon, du nimmst Yoshi, gell? Nee, ich muss nur überlegen, wie ich nehm. Ich nenn Pichi. Ich nenn mir mal Pichi. Ähm... Keine freigespielt. Können wir uns eigentlich Fahrzeuge aussuchen, oder kriegen wir einfach eins? Ja, eins aus. Ah, okay. Oh mein Gott. Das Fliegeding. Und... Ach, ich darf mir noch einen aussuchen, gell? Achso. Du brauchst zwei. Ist es egal, wen ich nehm? Ist es egal. Ich habe nur verschiedene Spezialfähigkeiten. Was kann Mario? Äh, Feuerballing, glaube ich. Nö, ich ein liebes Pärchen, oder willst du den haben? Nein, nein. Ich kann schon keinen. Oho, ich bin süß. Ich habe ein liebes Pärchen. Ohohohoho. Nein, du nennst das Mario gar nicht, nennst das Yoshi-Thing. Kannst du machen. So. Pils, Blumen oder Sternkarten. Ich glaube, Pils ist am einfachsten, oder? Ja, so ziemlich nett. Ja, wir nehmen Pils. Ja, und das erste kommt Luigi's Piste. Ohohoho. Wir haben mich. Mir macht mal Gas geben. Na vor. Ich habe den Start von Köln. Ja, ich war auch nicht besser. Ich weiß jetzt schon, dass ich so abfällen werde. Ich verliere das sowieso. Nein, ich will Päckchen! Oh, voll verärmt. Ohohohohoho. Au. 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 Alle beim, mich weg. Au. Das ist fast okay. Pils, Pils. Das ist oben, wel? Z ist vorderlich. Warte. Das ist taktisch unklug, wenn ich nach unten gucken will. Die mag ich noch mal tauschen. Z. 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 Wo ist Z? Hinten über R. Hinten über R. Ja, aber L. Er ist mit dem Ziel zu. Drift. Oh mein Gott. Ich finde die Taste nett. Ich stirb erst. Warum tauschen die bei mir von alleine manchmal? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Au. 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 Nein, böser Bowser. Wunderbar, Pils. Ich bin vorbein gefahren. Nee, 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 nee. Jetzt aufhören. Au. Au. Nein. Verdammt. Ach, du bist hinter mir. Ja, du hast mich vorliegen. Verdammt. Ich überhole dich. Verdammt. Nix getroffen. Ich bin vorhin. 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 Nein, ich bin vorhin. Neeeein. Wie gemein. Ja. Ja, dann mach vor Siegestanz. Ja. Schäm dich. Ein Kid Ui schon. 10 Punkte. Aber ich habe wenigstens 3 bekommen. 3 ist für mich dieses etwas. Ja, und wir haben es 0. Das muss ich aufholen. Das muss ich die erste werden. Das muss ich nicht auf den zweiten Platz verwandeln. Ja. Dann schwimmen wir auch noch deine Piste. Ja. Peach Beach! Mein eigener Strand! Komm, wir gehen auch zum Strand. Ich will zum Strand. DöTT. DöT. N Ao cierre. Stand für Platz. Zweite, zweite, zweite! Juhu! Oh, verdamt. Ich hätte in der Zwischenzeit Zeit gehabt die Z-Taste zu suchen. Ich flieg immer in die Sache. Oh, ich bin sechster. Wie könnt ihr mir das antun? Wie könnt ihr du? Vierter wieder? Dritter wieder, jetzt bin ich wieder Vierter? Maaan die überwob mich immer voll. Und die mir... Ich grab die Päckchen nicht. Meeaaau Ich brauch irgend'n Päckchen. Ah! Ich hab eins. Rausrrr! Au! Au! Ich bin voll gegen die Laternen! Das ist mir total schief. Dritter. Die Abkürzung. Aua. Habe ich mich gerade selber abgeballert. Da hast du mich getroffen. Und mich aber auch irgendwie. Warum treffe ich mich selber? Ich muss weiter. Sehr gut. Au! Mein Pilzer! Nein! Machst du das? Jo. Du Schweinchen! Ich werde mir den ersten Platz holen. Nein, ich will. Boah, daneben. Da wird er hinter dir getroffen. Na, passt. Boah, ich werde fast da reingepunkt. Das war gerade ein komisches Wort. Ich war geflockt. Du bist immer auf der Suite oder du wirst so crazy. Ah ja, ich versuch gerade mein Bestes. Nein, ich treffe keinen. Doch, jetzt habe ich was. Ich bin glaube ich nicht mehr. Hast du vor dir? Nein. Nein. Also bis hier dann Wunder. Wunder, wo bleib ich? Nein, Päckchen! Nein, Päckchen! Nein, Päckchen! Nein! Oh, ich weiß. Nein, Balanciano! War das deine? Ja. Oh, wie gemein! Nein! Du bist noch! Nach dritter! Musstest du die da hinlegen? Ich hätte es dir eigentlich gefallen bekommen. Ja, behalt die bitte beim nächsten Mal! Ach, die haben auch ein Pärchen gebildet. Ja. Ey, meine die haben mehr Punkte als ich? Das ist langsam blamabel. Ja, jetzt bin ich schon mal auf einem guten vierten Platz rumgestiegen. Nee, das ist etwas. Du hast schon 20 Punkte. Vier Punkte Vorsprung. Das wird schwer. Baby Park. Ach, wie süß. Oh, die sind gehasst. Das ist ein traumhaftes Zett. Ach, da ist ein Zett! Jetzt habe ich es gefunden. Wieder nicht geschafft! Ich schaffe diesen Start. Du hast ihn gesagt. Du hast ihn gesagt. Du kannst ihn nicht auf? Du kannst ihn nicht erzeugen. Du kannst ihn auf. Du kannst ihn reinzielen. Nein, falsche Richtung! Ah, mein Gott, ich fand alles, was drum liegt. Ah, bin ich jetzt gerade failgefahren. Find ich gut. Daisy, du wirst nicht jetzt. Ah, welcher Arsch. Ich. Turz, das ist ein scheiß Witz. Das ist mit der Feuerwehr. Tschüss, Tschüss. Tschüss, Tschüss. Nein, zu früh. Oh, no, 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 no. Dome, Daisy, dome, Daisy. Ja, und sie hebt auch noch den scheiß Pilzen auf. Ja, Poser. Ich bin vor 4 Toren, werde nicht besser. Ich habe mich überholt recht in den letzten. Die sind so schnell. 1. 3. 1. Klapp noch nicht. Nein! Ich habe auf uns ins Ziel reingefallen. Oh Gott, das war's. Noch reingekommen. Jetzt bist du schon dritter. Nach der Punktewertung. Ich bin trotzdem noch voll weit unten. Du bist dritter nach der Punktewertung. Ich ja. Oh stimmt, der ist richtig. Ja! Aber die haben 24 Punkte und ich habe erst 13 oder so. Ich habe 24. Nee, ich habe... Du hast mehr, glaube ich. 30 Punkte. Siehst du? Oh Gott, ich verliere die Challenge-Dings da zwischen uns. Wie viele Strecken haben wir? 4. Ja. Oh Gott. Das ist, glaube ich, das Ding des Unmöglichen, dass ich jetzt noch gewinne. Ich werde in den Startfall. Die schmeiß ich eigentlich nach hinten anstatt nach vorne. Ja, genau. Fahre ich da nicht auch noch Astroschuh? Ja, okay. Oh, 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 oh! Nein! Ich bin auch da. Ja, genau. Schmeiß auf mich! Oh, 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 oh! Ah. Nein! Du machst nur einen Spaziergang. Ja. Grüße am Bowser. Boah, jetzt ist gerade hier echt fies. Warum? Schau mal, dass du vor Pause kommst. Äh, vor... Versuch ich gerade. Ah, da bin ich aber nicht vor mich. Nein, 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 nein! Oh! Nein, nein, nein! Ah! Warum ist da eine Kette vor mich? Achso, von den kleinen Bibis, ne? Ja. Nein, wieder rein in die Liste. Dieses Mal versage ich ziemlich auf die Seite. Find ich gut. Hab ich wenigstens was zum Aufholen. Verdammt. 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 Achter! Du fällst ja zurück! Ich will es erspannen. Sehr gut. Ich fahre... Ich fahre... Ich fahre... Du fahre... Nein, nein, wirbelstumm! Nein, nein, wirbelstumm! Nein, nein, wirbelstumm! Nein, die drohe mich! Ich hole auf. Ich hol. Aber fünfter wieder. Fünfter. Verdammt, ich bin gegen das Paket gegangen. Halt nicht in das Paket fallen. Vierter. Das ist aber sehr schnell da her. Weh, mich knallt jetzt noch jemand ab. Ich bin fast die Erste. Oh, ich bin durchgekommen. Oh, ich bin die Erste geworden. Ja, ich bin Vierter. Nein. Finde ich gut. Nein. Aber ich bin trotzdem, glaube ich, weniger Punkte als du. Ja, ich wurde sogar Erste geworden. Ich bin nämlich Erste geworden. Ja, ich bin nur Erste in der Punkte. Ah, verdammt. Ich habe erst 25 Punkte. Erste in der Punkte. Ich bin auch immer dritter Platz nur. Nein, die haben fünf Punkte Vorsprung. Ja, das war die letzte. Nur du hast neun Punkte Vorsprung. Nein, ich habe gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Nein, du hast nicht gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Nein. Sonst hätte ich ja nicht nein voll und drehen mit dem Start. Ah. Ich habe mich verloren. Hättest du nicht über den anderen vorlassen können? Das konnte ich mir nicht ausgehen. Nein. Ich wei. 34 Punkte. Richtig. Ich bin für eine Revanche. Gold Pokal. Ach, wie süß. Ich habe es reingeschaltet. Ich bin auch immer für eine Revanche. Ich bin auch immer für eine Revanche. Okay, los. Wieder Cup oder diesmal Wettkampf? Prob mir mal Wettkampf aus. Dann haben die Zuschauer was anderes zu sehen noch. Okay. Ballon, Insignion oder Bomb. Ich glaube, werfen bin ich nicht gut. Also ich denke mal Ballon-Wettkampf, oder? Ballon ist halt, wer als letztes Ballons hat. Passt. Wahrscheinlich machst du mich sowieso platt. Ha, 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 ha. Ich nehme wieder das liebes Pärchen. Nein, ich will nicht. Der Boser. Ich nehme wieder... Welchen Wagen nimmst du auch so? Du nimmst dir dann nicht diesmal meinen Wagen. Ist das der, ja, gell? Ja. RADIO! Hörst du auf den Luigi? Das wäre aber komisch. Zufall, oder? Ja, Zufall ist gut. Nintendo! Oh mein Gott, eine Nintendo GameCube. Ich spiele auf einer GameCube. Ach gut, da hast du ein Dings, damit wir nicht runterfallen können. Finde ich gut. Hast du nur hier beide? Ja. Oh Gott. Überlebt schoss gleich Null. Oh nein, ich bin nicht eigentlich. Au! Was passiert, wenn ich in meinen eigenen Reihen fahre? Nein! Ha! Hand daneben. Ha! Au! Mein eigenes hat mich getroffen. Nein! Oh, ich verliere gleich. Nein, nein, nein! Ah! Ich habe schon verloren. BedeRA! kann ich am Best of Free machen. Was? Den Best of Free. Ach so, dass wir dreimal spielen? Mhm. Ok, bin ich dafür. Zo-o! Ich bin fast daneben gefahren! Das bringt mir ein Pilz, soll ich dich umfahren oder was? Deo-o! Ah du das nicht rein willst. Daneben. Oh, ich wollte gerade meine abschliessen. Ich fasse das. Abgriff. Mein Gott, das ist so riesig. Ich glaube, die Runde geht noch nicht. Es ist wahrscheinlich, aber wir können noch nicht wissen. Da bist du hin. Ich bin in eine Banane reingefahren. Da wollte ich gerade schon wieder eins zum See suchen. Kann ich eins zu eins. Arena wechseln. Was ist denn das? Kicksland! Kicksland! Ich glaube, da gewinne ich du. Kicksins. Ich bin in der Web genauso wenig wie du. Ach so, okay. Zumindest nicht. Ich habe schon so ewig noch aufspiel. Und... Gooooo! Die Flak bestimmt gegen alles hier. Uah! Das ist so ein Problem, dass sie über Pils bringen, um dich umzufahren, oder was? Der Pils ist so ein Problem, um mich umzufahren. Wenn ich dich treffen würde, wäre das vielleicht hilfreich. Hast du gerade hier bei mir? Oh! Babababaa! Wow! Auf Zufall getroffen! Ja! Wie fährt man rückwärts? B. Okay. Hat schon so. Waaaah! Voll abgewehrt! Oh, ich fall daneben. Nein! Oh Gott, ich fall hier so krass hier. Gerade. Sorry. Nein, nein, nein! Oh, ich hab's gerade weggeworfen. Haha! Ich hab zu viel getrackt! Jetzt hast du's gerade auch weggeschmissen, dein eigenes. Wie ich immer zum Abwähnen hab. Ah! Jetzt nicht mehr. Jetzt drückt mich neu. Ja. Ach, verdammt! Es hat nicht so einen langen Range-Til. Ach, verdammt! Es hat nicht so einen langen Range-Til. Waaaah! Nein! Ich hab dich echt getroffen! Ja, das ist abgeprallt und dann hab ich drauf. Ich hab's geschafft auszuweichen, aber durch den Abwähnen ist es nochmal zu mir hergekommen. R.S.O. 3 ist vorbei. Ja. Jetzt hab ich doch wieder verloren. Okay! Meister Pferd gewonnen! Siegestans! Siegestans verloren! Siegestans verloren! Und er tanzt quer durch die Gegend hier. Mhm. Mhm. Ich bin eine gute Pferde gegangen. Ich würde wirst du den Mario Kart fahren. Ja, das auf jeden Fall. Ja, es kann besser fahren als ich. Ja. Also wirst du der Fahrer bei der Zombo-Abkalypse. Zombo! Bei einer Zombie-Abkalypse. Ja. Jo. Jo. Also wir haben's durch. Wir haben jetzt 25 Minuten gleich. Jo. Beziehungsweise wahrscheinlich 23, weil ich die ganze Zeit am Anfang so gefehlt hab. Und ja. Das war jetzt zweiter Teil der Challenge. Keine Ahnung, was als drittes kommt. Müssen wir uns noch überlegen. Ja, müssen wir uns noch überlegen. Aber es wird wahrscheinlich wieder lustig und sonstiges. Und ich werde wahrscheinlich wieder verlieren. Haha. Nicht so pessimistisch. Hey, das ist doch gut für dich, wenn ich verlieren. Dann gewinnst du. Haha. Also eigentlich ist es positiv dann. Für mich aber für dich nicht. Ja das schon. Aber ich habe nichts dagegen, dass du gewinnst. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Bis zur nächsten Challenge. Ich hab verloren. Ich hab gewohnt. Mein Liebespreis hat mich durchgeschafft. Das ist viermal. Das ist ein Haussitz. Ja viermal. Schon wieder. Ich hab jetzt noch mal gesagt. Ich hab jetzt noch mal gesagt. Ich hab jetzt hier zu mir das Haussitz. Haha. Ich bin echt gerade überlegen, ob ich auch meine Bezahlung zieht. Wieso? Ich erkenne nicht mal meine Augen, weil schon. Egal. Okay. Soll ich da anfangen mit zu sagen schon? Warte, wie nenne ich das? Das wird nach dem Counter-Strike hochgegangen. Also ist das Vol. 2 egal. Ja. Okay. Lieber Boyfriend vs. Girlfriend oder Girlfriend vs. Boyfriend? Ist das egal. Ist das egal. Ist das egal. Ist das egal. Ich sag Boyfriend vs. Girlfriend. Okay? Ja. Nummer 2. Okay. Drei, zwei, eins, go! Hallihallo und herzlich willkommen zu... Jetzt hab ich... Okay. Okay nochmal. Drei, zwei, eins. Hallihallo und herzlich willkommen zu... Jetzt war... Jetzt wollte ich letztes Mal... Ja, das ist ungewohnt geil. Kein Let's Play, ohne dran zu sagen. Okay. Sag halt erst unseren Namen und dann zu unserer Challenge. Okay. Gute Idee.